Ihr Erfolg als Content-Creator auf verschiedenen Social-Media-Plattformen hat Susanne Brumm jetzt ins Studio von Treffpunkt Kulinarisch gebracht. Denn das Betätigungsfeld der Chemnitzerin ist das Kochen. An der Seite von Benjamin Unger erzählt sie zum einen über ihre Aktivitäten unter dem Label die Männerküche bei Instagram, TikTok, YouTube und Facebook. Mit ihren schnellen und einfachen Rezepten gibt Susanne Brumm täglich Inspiration für alle, die im hektischen Alltag wenig Zeit haben, aber dennoch gern selbst kochen möchten oder es lernen wollen. In weniger als einem Jahr stieg ihre Community auf über 280.000 Männerküche-Fans aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Zum anderen wird in der Dezember-Sendung Treffpunkt Kulinarisch natürlich auch gekocht. Für die Vorweihnachtszeit haben sich die beiden Köche auf Vorschlag von Susanne Brumm auf ihr Apfel-Kamembert-Hähnchen geeinigt. Dazu gibt es Orangen-Couscous und erzgebirgischen Brotsalat. Zu sehen ist die Folge mit der Küchin, die mit ihrem Knoblauch-Käse-Grillbrot im Juli 2023 auch beim Starcook-Award erfolgreich war, in der Zeit vom 8. bis 15. Dezember im Programm von ERZ-TV.